Zück um sie droht am Checkpoint 5 in Partei Artei, das ist irgendwo 17.30 Uhr, die Kontrollen laufen, leichter Stau wie man sieht und nun schauen wir mal auf die andere Seite. Hier ist dann das Checkpoint mit den vier Spuren, Motorradspur relativ leer, anhalten, fliebermessen und weiterfahren, da wird weiter gewunken, Motorbike Taxifahrer. So, wir schauen mal, der Rennort von Eastern Silem Schaban, wie lange der dort an der Kontrolle steht, der kommt ja außerhalb vom Partei Artei, aber er kann schon weiterfahren. So, und da hinten kann man entweder nur geradeaus rausfahren oder aber dann rechts abbiegen die Partei Artei. So, und jetzt stehe ich nochmal an der Säunempler-Wahn, wo ich etwa vor einer halben Stunde durch den Checkpoint gefahren bin und Fieber gemessen wurde. Und inzwischen ist hier schon wieder alles aufgelöst, die Kegel alle weg, die Beamten haben eine Instruktion gekriegt, verabschiedet sich jetzt wahrscheinlich mit dem Essen, was ich gekriegt habe. Wahrscheinlich war das auch nur eine kleine Übung wieder. Und dann? Hello, finish for today? Tomorrow, tomorrow. Tomorrow, what time? Tomorrow, 6 o'clock. 6 o'clock morning. 2 o'clock. 2 o'clock. 2 o'clock. 2 o'clock. Okay, thank you. 1 o'clock. 1 o'clock.